So geht's auch, ne? Der wollte vorbei und dann... Tchum! Legt der Highspeed ein. So. Neue Stadt. Bestimmt neue Gegner. Das soll also ihr Himmel sein. Es wirkt irgendwie seltsam. Ich habe es mir lebhafter vorgestellt. Flüster, flüster. Flüster, 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 flüster. Sie sind da. Glaubt ihr, wir haben Angst vor uns. Welchen Grund haben sie auch immer für ihr merkwürdiges Verhalten haben. Wir scheinen irgendwie nicht willkommen zu sein. Ich frage mich warum. Wir wissen auch immer noch nicht über die World Academy Redux. Die einzige Möglichkeit ist, die Bewohner nach einer Motion zu fragen. Warum denkst du immer mit deinem Bauch? Was soll der Dreck? Also der... Wieder geschlebt. Dick und immer viel essen. Muss das sein. Aber ich wollte doch nur die Stimme ein wenig auflockern. Warum schaut mir scharf denn so krümmig an? Ja. Ja. Du solltest wirklich sensibler sein. Das sagt dir genau der Richtige. So, suche nach der World Academy Redux. So. Was ist das denn hier? Ich will erstmal wissen, was du für ein Laden bist. Du bist... Was für ein Laden? Hoho, herzlich willkommen. Du bist... Ah, okay. Dynamit. Doppeltritt. Tornado rückwärts. Neue... Dinger. Heißblutkaufball. Findenball. Die Mauer. Heißlaufblock. Okay, jetzt können wir auch jede Menge kaufen. Oh, Maulhoftdribbling. Das ist aber schon auch geil. Ok, Nebel. Nebelschraube. Durchbrecher. Solo. Doppelpass. Ah, okay. Interessant, interessant. So, aber das ist hoffentlich... Äh... Nix da. Ich wollte noch was anderes machen. Inventar. Ausrüstung. Haben wir... Ihn. Da. Ok. Auch gut. Sollte die auch mal ausrüsten, ne? Dafür habe ich auch Geld gesammelt. Wo haben wir den Ausrüstungslager? Bevor wir uns hier... ...nach irgendwas untersuchen. Ich glaube, du... Ne, du bist nur der Gehshop, ne? Gehshop ist eigentlich für... Wie heißt es gleich? Den G-Mark ist doch... Der G-Mark ist doch genau dafür da. Ne, das will ich ja nicht. Äh... Wo ist hier der andere Shop? Der Sportladen. Ich brauch... Such den Sportladen. So hieß das doch hier. So. Gibt es hier den Sportladen? Ja, da oben. Ok, blau ist der Sportladen. Äh... Hier. Rein mit uns. Dann kaufe ich erst mal ein paar Sachen. Dann ist das... Wir sollten ja auch mal ausrüsten. Ok. Was nehmen wir dann? Das bist du vom Besten eigentlich am Besten, ne? Das ist ja mal der Teuerste. So, was ist das? Schnelligkeit, Schusskraft. Äh... Nehmen wir mal davon. Oh, das ist alles so teuer. Nehmen wir erstmal so billige. Davon kann ich dann immerhin mehr holen. Ja. Ich höre sie jetzt nicht aus. Schnelligkeit, das ist so für andere Leute. Das ist ja eigentlich hier völlig wurscht. Guck mal, ich bin hier schon pleite. Ich bin hier so gut wie pleite. Ach, du Lemmo. So, aber neue Handschuhe. Verteidigung plus 1, 2. Ja, die Verteidigung kann ich bei dem nicht geben. So, Kampfgeist, Ballkontrolle. Kampfgeist. Vielleicht Ballkontrolle. Kann ich ja nur einkaufen. Super. Ja, man muss hier wirklich... Ähm... Das Ganze hier... Farmen. Schon. Ja. Ja, was soll ich denn machen, ne? So, da soll es auch schon. Ja, kann ich nie verkaufen. Ich muss mal... Ihr könnt mir vielleicht helfen. Wo kann ich denn die Anstecknadeln eintauschen? Da gibt es doch irgendwie welche, die doch es können. So. Inventar. Ausrüstung. So. Okay. Na, wir... Ich mach erstmal hier die... Was kannst du denn gebrauchen? Ach, ich hab hier noch welche. Schusskraft. Schwierigkeit. Ja. Gut. Nehmen wir das. Dann geb ich hier mal... Nein, das geb ich dir nicht. Dann geb ich dir... Ah, das geht runter. Äh, okay, das geht alles runter. Dann nennen wir die... Schnelligkeit. Was hat er hier? Schusskraftkana. An diesen Verteidiger. So, Mittelfeld. Gibt's hier noch was Besseres? Lass mal die Stürmer. So. Okay. Boah, das ist so schwer. So. Okay. Was geb ich denn dann? Schwimmigkeit mal. Dann geb ich E und D. Die. Wahrscheinlichkeit 36. So. Hier geb ich... Die. Äh... Das könnte man damit eigentlich ausgleichen. So. Dann geb ich dir... Auch ne Schusskraft. Äh, ja. Geh mal ne Schusskraft. Äh, so. Was ist mit dir? Der ist schon schnell genug. Dann geb ich ihm die Schusskraft. Von dir kann ich... Die... Die geben. So. Ballkontrolle. Das ist eher so vom Mittelfeld. Mittelfeld, Ballkontrolle. Sei da. Dann kriegt sie... Ach, die hat schon sowas. Und Stürmer. Kevin. Kann das gut gebrauchen. Oh ja. Da sind wir schon mal umgereistig. Ja, die restlichen Schuhe, die verteile ich jetzt. Wo kriegst du das hier? Wo kriegst du... Nee. Wo kriegst du das? Ach, jetzt kann ich... Ach, jetzt muss ich die... Auswechsel. Okay. Gut. Besser kann ich den ausrüsten, weil ich hab zu wenig Geld. Ähm... Was ist das? Kampfgeist. Kampfgeist, Ballkontrolle... Und du hast auch nichts. Du kriegst auch die Ballkontrolle... Und du hast auch nichts. Du kriegst auch die Ballkontrolle... Weil... Weil... Als ein Verteidiger ist es auch wichtig, jeden... Weil... Bei sich zu halten, ne? Gut. Haben wir das. Könnte natürlich noch die anderen Schuhe verteilen. Aber dann muss ich erstmal umtauschen alles. Aber dann werde ich wahrscheinlich dann... Aufsgehen machen. Und ich sehe gerade... Jetzt haben wir schon so viel Geld verhauen. Was ist das? Ausdauer? Nee. Das ist von Training. Schusskraft... Boah, hier kann ich auch nochmal Schusskraft verbessern. So reagieren, ja. Ähm... Stürmer... Was hat er? 35... 46... Ach, nur die Leute, die hier sind. Er hat am wenigsten. 21 war jetzt momentan das wenigste. Der 21 auch. Ja, komm. Nehmen wir dich mal. Haben wir noch Geld? Aha. Hört sich nur um eins. Achso. Ja, das finde ich auch mal schade. Das kostet auch mal so viel Geld, wenn ich ihn jetzt nochmal mache. Kostet es... 150. Äh, da war ja. Nehmen wir 100. Ja, so würde ich auch mal schießen können. Dann machen wir einen noch. So gut, das sollte man auch eigentlich machen. So viel Geld reinpumpen ihn ein und dann immer wieder und immer wieder. Vielleicht mache ich das. Da werde ich jetzt mal die Schusskraftmüssen erhöhen. Zack. 23. Und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Ne, noch einmal. Ne, 150, alles klar. Nein. Ich brauche nichts mehr. Gut. Oh, ein Spiel. Das freut mich. Neue Leute. Die Dog-Arbeiter. Interessant. So, meine neue Taktik ist... Nein. So. So. Die laufen noch kreuz. Und erst mal Fenter. Was natürlich gerade nichts gebracht hat. Wunderbar. So. Äh, hier. Tornado-Finger ist schon auf plus 1. Ich wollte eigentlich gerade was auch nicht machen. Aber ich glaube, das reicht auch noch aus. Du kriegst den Ball. Du kriegst den Ball. Guck mal hier. Was? Ah, gut. Er ist drin. Er ist drin. Perfekt. Wunderschön. Da habe ich ihn ausgetrickst. Ich dachte, ich schieße nicht aufs Tor. Aber er ist trotzdem noch geklappt. Ah, hier kann ich wieder leveln. Ein wenig. Gut. Dann... öffnen wir mal hier die Tore. Und kriegen... Teamgeist-Punkte. Damit wir auch mehr verteidiger Spieler holen können. Es ist willkommen. Wie wäre das mit ein paar Rasienbrüten? Oh, ja, gerne. Handgemacht hier in Ehime. Ja, und wo gibt's sie? Nirgendwo, ne? Jetzt lass mich mal hier durch. Ich will mich eben kurz hier nochmal umfragen. Was? Ihr seid unterwegs, um das beste Fußball-TG-Amband zusammenzustellen. Glaub mal her. Hier in Ehime redet ihr besser nicht über Fußball. Vertraut mir. Aha. Interessiert. Äh, interessant. So, nein. Oh. Nein. Warum nicht? Weil? Nein. Okay, lassen wir das. Ich dachte, er sagt jetzt... Ja. Hey, Katzschluck. Willst du... Blablabla. Willst du mit mir... Ach so. Willst du mit mir in die heißen Quelle gehen? Wartet. Wartet. Was ist die Antwort? Nein. Oh, schön. Oh. Hey, darf ich dich etwas fragen? Nein. Und da haut er ab. Hey, wieso laufst du denn auch... Äh, du denn davon? Vielleicht hat er Angst bekommen, da... Als er dein hessiges Gesicht gesehen hat. Hey, 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 hey. Oh, was ist mir gemein? Hast du irgendeinen Grund scheinen, sie Angst vorzuhaben? Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Lass uns schnell bei den Jungen einholen und ihn fragen, was los ist. Jo. Sprich mit den Jungen, der weggelaufen ist. Aber es steht hier nicht wo. Ach so, das ist auch nur da vorn. Äh, bevor wir das tun. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir was heraus. In der Zeit beißen die Fische unten am Hafen nicht mehr. Das liegt bestimmt auch an diesen Aliens. Aha. Interessant. Ach, um so ein Fußball ist echt voll entspannt. Ach, Fußball, Fußball. Was? Ey, lass mich nur rüber. Fußball, Fußball. Komm, hier ist auch Fußball. Da Fußball steht. Auch gerne. Herr Zürich, in Ehime, Heimat der schönsten heißen Quelle, Liga, was. Nehmt euch Zeit, um Sorgen und Schlesen abzuwaschen. In der Zeit hätte ich... Äh, in letzter Zeit hatten wir nicht viele Besucher. Ich vermute, das liegt an den jüngsten Vorfällen. Ja. Und mehr kannst du dazu nicht sagen. Wow. Erstmal Training. Ganz viele neue Leute. Wunderbar. 4 gegen 4. Und los geht's. Zack. Das Ganze in andere Weise. Oder auch so. Das geht sogar noch schneller. Einfach reinschieben. Und dann klappt es mit dem Tor. So. Wunderbar. Sehr schön. So. Den kann ich noch... Okay, das brauche ich nur nicht. Ich würde jetzt mit den anderen da noch reden. Mit ihr habe ich noch gar nicht geredet. Oh, meine Haut ist so zart und weich. Heisequellen sind das Größte. In letzter Zeit kommen wir weniger Touristen her. Naja. Ich habe... So habe ich die Heisequellen öfters für mich allein. Egoistin. Egoistin. So, hier war auch noch Wölzer. So, hier möchte ich mich eben kurz auch mal unterhalten. Ich bin ja so froh. Aha. Warum? Ich meine Mutter mit auf Reisen tun und hasse Quellen der Gegend. Es ist wichtig, sich um Eltern zu kümmern. Oh, ja. Wenn die Beziehung stimmt, dann klappt das. Hier hängen wir seit kurzem einige Eltern, Junge und Mädchen in seltsamen Uniform herum. Irgendwie machen die mir Angst. Aha. Was? Ihr wollt wissen, wo die World Academy Redux ist? Das hat mich vor kurzem schon jemand gefragt. Ich wusste gar nicht, dass es diese Schule überhaupt gibt. Komm ich hier hinten noch weiter? Woher möchtest du gehen? Nö, umso hin. Doch, ich wollte nur noch was machen. Wollt einmal zum Boost. Und wollte einmal kurz mit einem Bekannten hier mal schauen. Spiele anwerben. Es hat sich ein wenig erweitert, glaube ich, oder? Jo. So. Den Stürmer. Mittelfeld. Okay, der ist nicht verfügbar. Mittelfeld. Und Stürmerin. Vielleicht sollte ich die mal holen. Dann werden die hier frei. Ihn holen, damit die frei werden. Und dann sehen wir schon mal, was das hier ist. Aber ich glaube, das werde ich offscreen tun. Auf jeden Fall werde ich Dreamer Battle nehmen. Und Friends Payne. Damit ihr Bescheid wisst. Die werde ich mir mal dann holen. Aber erst später. Ja, beenden. Gut. Dann können wir wieder zurückgehen. Und dann würde ich sagen... Ich sehe die nicht. Hier. Das war das so. Ah, genau. Ich kann ja auch drehen, ne? Was? Drehen, drehen, drehen. So. Ja, so ist das schön. Ich sehe, meine Zeit ist langsam wieder um. Es hat mich gefreut. Ähm, ja. Das war's. Mit Inazuma Eleven 2. Eichsturm. Und wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also. Bis dann.